19. Dezember, 13.35 Uhr. Versuch 167 unter 10 Minuten im Benefekt dann durchzukommen. Dann mal los. Hoffentlich sterbe ich nicht öfter als zweimal. Wird mir schon reichen. Unter 10 Minuten würde ich kommen. Einmal. Daumen drücken würde ich sagen. Ich bin fast da, Dogen. Ausgezeichnet. Gehe jetzt ganz nach oben. Löse den Schwingungstilger. Und das war's. Zumindest fürs Erste. Die Schwingung? Was? Ein riesiges Gegengewicht, das dazu dient, das Gebäude vor Erdbeben und Hurricanes zu schützen. Aber nicht vor mir. Es wird unser Instrument der Zerstörung sein. Hat der Nancy das wirklich verdient? Kommen dir etwa Zweifelfeld? Der Nancy ist nicht gerade eine Kraft des Guten. In ihren Greyland-Fabriken sterben jeden Tag Angehörige der Unterkaste, während sie Zahnstocher und Windeln für die Mittelkaste hier in der Stadt produzieren. Tu es für sie, wenn du es schon nicht für mich tust. Hü-Gang. Woh! Hü-Gang. Das war's für heute. Nehmen wir mal an, dieses Schwingungs-Dings, da wird gewaltigen Schaden verursachen, oder? Ja, da liegst du recht nicht. Und was ist mit den Arbeitern hier? Was soll mit denen sein? Nein, nein, nein. Ah, fuck. Ich nehme mal an, dieses Schwingungs-Dings, da wird gewaltigen Schaden verursachen, oder? Ja, da liegst du recht nicht. Und was ist mit den... Ey! Mann! 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 Ich nehme mal an, dieses Schwingungsdings da wird gewaltigen Schaden verursachen, oder? Ja, da liegst du recht nicht. Und was ist mit den Arbeitern? Ja, da liegst du recht nicht.